Klicken Sie auf Link in der Beschreibung unten für die besten Dishow und Dies ist die Überprüfung der Doveman Plus Cariclean Comfort E-Roll-On, 3R-Pack, 3B 50ml, Produkt Kundenrezensionen Hilfreichste Kundenrezensionen 1 von 1 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich. Rundum gut Von M-Trip Arbeitsbedingt und naturgemäß schwitze ich leicht und relativ schnell, daher bin ich für Deos dankbar die Gerüche unterbinden und nicht mit seltsamen Muschusstüften übertünchen, wie beispielsweise die seltsamen Teenager-Kompositionen der Marke Axe. Ob man die größtenteils enthaltenen und umstrittenen Aluminiumsalze an seine Haut lässt, muss meines Erachtens jeder für sich entscheiden. Meine Erfahrung, Deos mit Aluminiumsalzen sind meist zuverlässiger, als solche ohne. So viel vorangestellt Punkt Ich bin mit dem vorliegenden Dove-D-Roller sehr zufrieden. Die einigermaßen dezente Geruchsnote ist vielleicht nicht so 100% ich nach meinem Geschmack, aber da findet sich in der Herrenlinie von Dove möglicherweise auch anderes. Vielleicht als Anregung an den Hersteller, wie wäre es mit einem komplett duftneutralen Roller? Der hätte den Vorteil, dass man n auch Audi-Toilette oder Rasierwasser nach Belieben verwenden kann, ohne seltsame Duftkompromisse einzugehen. Punkt ganz so ergiebig wie andere. Die Roller ist das Produkt wohl nicht, da die über den Roller aufgetragene Flüssigkeit recht dickflüssig ist. Dafür gibt es einen kleinen Sternabzug. Insgesamt kann ich sagen, es ist ein sehr zuverlässiges Produkt, das auch stark transpirierenden Typen wie mir keine Zweifel aufkommen lässt. Zumindest nicht, wenn man mindestens einmal täglich zur Seife greift bzw unter die Dusche steigt, minus ob das Produkt, das sich mit 48 Stunden Wirksamkeit brüstet, auch volle zwei Tage und Nächte vor Körpergeruch schützt, kann und will ich nicht beurteilen, dafür dusche ich zu gerne. Zwei von zwei Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich. Fress und Klean Von Solemner Das D hat einen leicht herben, nicht aufdringlichen Geruch, der sich dadurch nicht mit Herrenduft beißt. Ist sparsam in der Anwendung, einmal Rollen genügt. Die Hemden zeigen auch nach längerem Gebrauch bisher keine unangenehmen Flecken. Die Desodorierung hingegen ist sehr gut, man fühlt sich stundenlang frisch und sauber, sehr angenehm und zu empfehlen. Zwei von zwei Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich. Hinterlässt Spuren Von J. Protas Nachdem ich schon mehrere Deos verbraucht habe, ist dieses für mich unter meinen Topfiebe. Angenehmer Geruch, kein Schweiß zwölf Stunden und rollt sich angenehm. Einen Nachteil hat er jedoch, das ist seine Struktur. Wenn man den aufträgt, dann ist der Roll-On verschmiert, und es hinterlässt auf schwarzen Teesherz Spuren. All 31 Kunden Rezensionen anzeigen Produktbeschreibung Dorve Men Plus Care De Roll-On-Clean Comfort, 50ml, Drier Pack, 3-50ml Features Dorve Men Plus Care De Roll-On-Clean Comfort, 50ml, Drier Pack, 3-50ml Punkt Sie können den Rest der Produktfotos über den Link in der Beschreibung zu sehen. Danke, dass Sie sich dieses Video Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Außerdem Das ist die erste Untertitelung des ZDF, 2020